hallo ihr lieben ich bin's die rose fröhlich eure ernährungstante ich weiß es gibt schon unendlich viele themen ernährung ich versuche es mal mit den fragen der patientin und zwar heute zum thema frau so fröhlich können sie mir vier tipps nennen mit denen ich schnell abnehmen kann also folgt mir gerne ihr wisst wie das geht plus weg oder abonnieren je nachdem auf welchen kanadier unterwegs seid ich freue mich auf euch also wie kann ich schnell abnehmen die erste geschichte ist dass häufig vom defizit gesprochen wird in den kalorien das ist sicherlich manchmal auch möglich dass patienten damit abnehmen in diesem fall war es so dass es nicht klappt hat sie deshalb zu mir in die praxis kam und der erste tipp ist in der regel dann ausreichend essen weil wir brauchen kalorien für die muskelzellen und wenn wir nicht genug essen und zu wenig essen gibt es immer die problematik dass die leber ersatz zucker liefert der übrigens dann zu körperfett führen kann also erster tipp wer will darf essen und bitte auch ausreichend zweiter tipp ihr müsst das essen eiweißreich gestalten und immer versuchen erst das eiweiß zu essen und dann alles andere also eiweiß gemüse eiweiß und dann sozusagen den teil der kohlenhydrate und die kohlenhydrate ist schon der dritte tipp an der stelle sorry der dritte das heißt kohlenhydrate angepasst warum ich kann zwar wenn ich kohlenhydrate weglasse schnell abnehmen aber manchmal ist es so dass die zu hohen mengen an kohlenhydraten den blutzucker zu stark erhöhen und zu viel blutzucker zu viel insulin gleich körperfett kohlenhydrate in gewissem maß brauchen wir aber weil das gehirn bis hier oben so brain einfach 99 prozent zucker braucht daher etwas kohlenhydrate immer gut aber moderate menge da verweise ich mal auf die portionsmengen rose fröhlich ernährungsmaß findet ihr überall und habt dann die portionsmengen für euch also super dritter tipp kohlenhydrate anpassen und vierter ist eigentlich mit der wichtigste wenn ihr merkt ihr rutscht raus wieder neu anpassen gucken ist das eiweiß genug habe ich genug gegessen habe ich mehrere mahlzeiten also mindestens drei oder mehr meine erfahrung aus der praxis mehrere mahlzeiten sind einfach besser das heißt nicht aufgeben sondern wenn ihr merkt ihr rutscht raus wieder anpassen oder holt euch professionelle hilfe ich wünsche euch was ich hoffe ihr konntet mit den vier tipps was anfangen ja ich freue mich auf euch und schreibt gerne in die kommentare was ihr für fragen habt bis dann tschüssi eure sandra